Ich begrüße Bernd Vöckler, den Bundesnachwuchstrainer des Deutschen Schachbundes. Guten Tag. Hallo. Die erste Frage ist, seit wann sind Sie in diesem Amt? Ich habe 2003, am 1. April witzigerweise, das Amt angetreten, also mittlerweile schon fast 15 Jahre. Und wie sind Sie dazu gekommen, was hat Sie dafür qualifiziert? Ich bin von der Ausbildung her Mathematik-Physik-Lehrer und habe ein Jahr im Schuldienst gearbeitet, allerdings in einer sehr interessanten Zeit, 1989, genau innerhalb der Wende, Unruhen, sage ich mal. Und da war es natürlich für einen Anfänger im Schuldienst sehr, sehr schwer, Freude am Unterricht und am Schulleben zu finden. Und ich habe dann 1991 begonnen, als Schachtrainer zu arbeiten und habe dann zehn Jahre lang Landestrainer von Thüringen gemacht und bin dann 2003 zum Deutschen Schachbund gewechselt. Mathematik-Physik ist ja jetzt nicht das dankbarste Fach. Schach ist da wahrscheinlich etwas dankbarer, oder? Gut, Mathematik-Physik ist eigentlich auch ein Steckenpferd von mir, aber ich habe mich eben dann für Schach entschieden. Was genau ist der Aufgabenbereich des Bundesnachwuchstrainers im Schachbund? Das ist quasi ein ziemlicher Spagat, sage ich mal. Und zwar bin ich also für alle unter 18-Jährigen im Deutschen Schachbund zuständig, die leistungsmäßig oder semi-leistungsmäßig Schach betreiben wollen. Das geht also los bei den unter 8-Jährigen in der Sichtung und geht dann eben bis zu den Jugendweltmeisterschaften, Jugendeuropameisterschaften als Delegationsleiter, als Betreuer. Also es geht nur um Spitzensport praktisch? Es geht nicht um den breiten Nachwuchssport? Nicht um den breiten Sport. Das Aufgabenfeld definiert sich quasi dadurch, dass es einen Jugendkader gibt im sogenannten DC-Bereich und im C-Bereich. Und das Wort DC bedeutet, es gibt Landeskader, also Sachsen, Baden, Nordrhein-Westfalen, die haben ihre Landeskader und das sind die sogenannten D-Kader. Wir sind dort also im System des Deutschen Olympischen Sportbundes ganz normal integriert. Und die Besten dieser D-Kader kommen in den sogenannten DC-Kader. Und das sind meine Ansprechpartner. Wie werden diese Kaderspieler gefunden oder wie werden die definiert? Es wird eine Kadernominierung durchgeführt einmal im Jahr. Also die Bundeskader werden im Dezember für das kommende Jahr aufgestellt. Und dort gibt es quasi eine Vorschlagsliste. Und innerhalb der Kadernominierung wird horizontal und vertikal verglichen. Also horizontal meint, wir gehen also in der U16 durch und gucken, wer sind die besten U16-Spieler. Und dann gehen wir natürlich auch nach unten und gucken, wer sind die besten U10-Spieler. Und es kann also passieren, dass wir in einer Altersklasse sehr, sehr viele Kaderspieler haben und in denen da drunter und drüber vielleicht weniger. Wird das dann verglichen mit der internationalen Spitze? Es wird verglichen mit der internationalen Spitze und natürlich auch intern verglichen mit der deutschen Spitze sozusagen. Also ein deutscher Meister U10, Leonardo Costa dieses Jahr, der ist sogar erst neun gewesen, ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem roben Vogel, der vor zwei Jahren Jugendweltmeister war. Aber im Prinzip werden sie natürlich innerhalb dieser Nominierung miteinander verglichen. Und wie genau funktioniert diese Zusammenarbeit mit den Vereinen und den Landesverbänden? Also es gibt Vereine, die Jugendarbeit machen, die Trainer haben. Es gibt Landestrainer und Söbern auch Landstrainer von Thüringen. Wie genau ist das organisiert? Auf dem Papier liest sich das eigentlich sehr gut. Es ist aber im Spezialfall mal besser, mal schlechter sozusagen. Es gibt also Landesverbände, die von ihrer Struktur her und von ihrem Anspruch her sehr, sehr gut strukturiert sind, um mit mir im Leistungsschachbereich zu kooperieren. Also das heißt zum Beispiel Baden-Württemberg und zum Beispiel Sachsen. Das heißt, im Prinzip ist in Baden-Württemberg und in Sachsen die Konzeption des Deutschen Schachbundes eins zu eins nach unten umgesetzt. Sie kümmern sich also um ihre D-Kader, sorgen dafür, dass die besser werden. Und wenn die im D-C-Kader sind, werden sie auch entsprechend vom Land auch noch mit gefördert. Und da funktioniert das ganz gut. Vielleicht nicht so gut sind einige andere Landesverbände, die durchaus auch gute Kader haben, gute Spieler und Spielerinnen, aber wo das nicht so ganz von oben gut gesteuert wird. Also die führen dann so ein bisschen Eigenleben? Führen so ein bisschen Eigenleben und das liegt manchmal an den Personen sozusagen, wo man dann keinen findet, der dafür zuständig ist und dann wird es natürlich schwierig. Und manchmal liegt es auch ein bisschen an der Struktur und da macht eben jeder für sich. Hat denn jeder Landesverband auch seinen eigenen Jugendtrainer oder gibt es auch welche keinen haben? Es gibt ganz viele, zu viele Landesverbände, das finde ich schade, die keinen, nicht mal nebenamtlichen Landestrainer haben. Und da ist es natürlich schwieriger. Und die Zusammenarbeit vom Schachbund, also jetzt im Jugendbereich mit den Vereinen, gibt es da gute Verbindungen oder läuft das alles über die Landesverbände dann? Na, es gibt einige Vereine, also zum Beispiel hier in Hamburg natürlich der Hamburger Schachklub, die also sehr viele Kader haben und da passiert auch sehr viel über den Verein. Also wenn ich dort irgendein Anliegen habe, dann kann ich dann eben schnell mal zum Telefon greifen, früher den Christian Zickelbein anrufen oder jetzt eben Jonathan Karstadt oder auch den Dorian Rogozenko. Und da geht auch viel über den Verein. Gibt es denn eigentlich eine zentrale Steuerung, dass man sagt, also dem Deutschen Schachbund sind alle Jugendtrainer der Vereine namentlich bekannt oder ist das eher so vage? Das ist eher so vage, ja. Also es gibt auch viel so Einzelinzip. Wo wir sehr drauf achten, ist, dass wir also die A-Trainer des Deutschen Schachbundes im Blick haben. Das heißt also, dass wir zum einen die Ausbildung der A-Trainer immer regelmäßig vorantreiben und aber auch die Fortbildung der A-Trainer. Und dort finde ich eigentlich meine Ansprechpartner zuhauf. Dann lernt man die alle kennen, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger, ja, ja. Also meistens kennt man sie ja schon, aber dann wird es noch vertieft. Und gibt es klar definierte Ziele jetzt im Deutschen Schachbund für den Nachwuchsbereich? Geht es jetzt darum, ja wirklich Spitzenspieler zu formen? Geht es darum, Schach populär zu halten? Ist die Ausrichtung sehr eng auf den Spitzensport oder ist Breitensport auch ein Thema? Also wir hatten jetzt im Dezember bei der Kommissionssitzung Leistungssport war ein großes Thema Konzeption Leistungssport. Die wurde überarbeitet. Die steht alle paar Jahre sowieso zur Überarbeitung an, aber in diesem Jahr speziell wurde halt hinterfragt, dort steht als oberstes Ziel Weltspitze. So, nun könnte man sagen, wir haben keinen Weltspitzenspieler, also ist im Prinzip die Konzeption, sagen wir mal, hinfällig. Aber wir haben uns im Erwachsenenbereich darauf verständigt, dass wir als Mannschaft durchaus um die Weltspitze mitkämpfen können. Das heißt, die Männer haben das letztes Jahr gezeigt, die haben vor sieben Jahren mittlerweile den Obermeistertitel geholt und so weiter. Und bei den Frauen, bin ich mir sicher, kommt die die Medaille oder der Titel auch mal irgendwann. Also Mannschaft können wir das leisten und daraufhin ist quasi auch die Nachwuchsförderung abgestimmt, dass wir also es mindestens schaffen müssen, aus dem Nachwuchsbereich potenzielle Nationalspieler zu kreieren. Und wenn dann spezielle Einzelbegabungen oder Einzelspitzenleistungen im Nachwuchsbereich auftauchen, sei es jetzt zum Beispiel Vincent Keimer oder Jana Schneider bei den Frauen oder Mädchen, dann gibt es dort nochmal eine Sonderförderung. Wie ist denn so die Verteilung jungen Mädchen im Nachwuchsbereich? Man hört oft eigentlich spielen Mädchen, also in einem gewissen Alter auch gerne Schach, aber so mit der Pubertät lässt das Interesse doch dann stark nach. Also wir haben jetzt bei der letzten Kader-Nominierung haben wir im jungen Bereich quasi den Kader ausgereizt, mit 20 DC-Kadern männlich. Allerdings haben wir im weiblichen Kaderbereich, wo wir zehn Plätze hätten, theoretisch, haben wir nur vier besetzt. Das ist natürlich kein besonders gutes Signal an die schachspielenden Mädchen in Richtung Kaderförderung, wobei der Anteil, also dieser Prozentualanteil 20 zu 4 widerspiegelt ja ungefähr den Anteil der Jungs gegenüber den schachspielenden Mädchen. Und die Idee der Kader-Nominierung ist jetzt nochmal verstärkt dahingehend gesagt worden, sie sollen in die internationale Jugendspitze vorstoßen können. Das heißt also bei Jugend, Europa oder Weltmeisterschaften um die Medaillen kämpfen können. Und wie genau sieht die Förderung dieser jungen Kader-Spieler aus? Ja, es gibt also zum einen die Möglichkeit, also das sind immaterielle Förderungen. Das heißt, sie kriegen Freiplätze zur deutschen Jugendmeisterschaft. Das heißt, sie müssen sich nicht über ihre Landesverbände qualifizieren und können vielleicht in derselben Zeit ein hochwertigeres Turnier spielen. Dann bekommen sie Möglichkeiten für internationale Startplätze nominiert zu werden oder bestimmt zu werden, leichter als andere Spieler. Das heißt, wenn ich also Einladung bekomme zu Jugendturnieren oder zu Auslandsturnieren, dann kann ich dort auf den Kader-Projekt zurückgreifen. Ja. Und zum Dritten, was vielleicht, sagen wir mal, das eigentlich wichtig, also das mein Bereich wichtigste ist, aber das könnte noch ausgebaut werden. Es gibt also regelmäßige Trainingslehrgänge, wo nur diese Spieler eingeladen werden. Kader-Lehrgänge dann. Kader-Lehrgänge, genau. Dann kriegen sie Training von Großmeistern, die dann... Wir hatten jetzt Anfang Dezember als Abschluss der Initiative für die Mannschafts-Europamaßschaft bei Blankenburg, hatten wir in Baden-Baden einen sehr gut besuchten Lehrgang. Dort waren also 20 Kaderspieler aus meinem Bereich. Der Hauptpart des Trainings lag beim Artur Jusupov. Und die Themen wurden dann innerhalb von drei Gruppen dann noch mit der Keti Kakjano-Gersinska vertieft, dem Sergei Galduns und Roland Schmalz. Also das war also ein sehr hochwertig besetzter Lehrgang. Und zum Beispiel Robben Vogel war dabei, Julian Martin, also die Spitze der deutschen Nachwuchsleute waren dort Wort. Wie ist denn das eigentlich? Es gibt jedes Jahr Weltmeisterschaften, Jugendweltmeisterschaften und Jugend-Europameisterschaften. Das ist ja auch sehr kostenintensiv. Werden die Kaderspieler da noch besonders unterstützt, also was die Reisekosten und Teilnahmekosten angeht? Pauschal würde ich sagen nein. Aber zum Beispiel ist es so, pro Meisterschaft, pro Altersklasse, männlich, weiblich bekommt der Deutsche Schachbund einen Platz geschenkt vom Veranstalter für das Hotel. Das heißt, wir nominieren dort sechs Jungs und sechs Mädchen, also U8 bis U18 und die müssen für ihren Aufenthalt dort nichts bezahlen. Und nominiert werden hauptsächlich Deutsche Meister und Kaderspieler. Also es gibt eine gewisse Form der Unterstützung dann doch, aber nicht alle können davon profitieren. Ja und die Flugkosten zum Beispiel liegen trotzdem noch bei den Spielern. Gibt es so Zahlen über den Gesamtetat im deutschen Schachbund jetzt für diesen Jugendbereich, was dafür ausgegeben wird? Also der Gesamtetat Leistungssport, das kann man auch nachlesen in den Kongressunterlagen, liegt bei 110.000 Euro. Jugendbereich oder insgesamt? Insgesamt. Und wenn man das aufschlüsselt nach Erwachsenen und Jugendlichen, würde ich schätzen, mein Bereich ist ungefähr 15.000. Okay, das ist nicht übermäßig viel, sagen wir mal. Ja. Okay. Thema Nachwuchsturniere. Also wichtig ist ja Praxis, also Training und Praxis. Und welche Nachwuchsturniere gibt es hier in Deutschland und wie ist der Deutsche Schachbund daran beteiligt? Deswegen bin ich ja auch in Hamburg. Das ist ja ein Grund meines Hierseins. Im Moment läuft das zweite New Chess Brains in Hamburg. Das ist also konzipiert als IM-Normenturnier, zwei Turniere, Rundenturnier mit erfahrenen Großmeistern und internationalen Meistern und auch neun meiner Kaderspieler. Dort spielen also von den Mädchen Jana Schneider, Fiona Sieber und Theodora Rogozenko und eben noch sechs Jungs aus dem Kader, die teilweise die Erfahrung machen, dass eben ein Rundenturnier nochmal eine andere Herausforderung darstellt als ein schwarzes Systemturnier. Zum Beispiel hat Daniel Kopilow eben mit 0 aus 4 gestartet und kriegt danach auch keinen leichteren Gegner in der nächsten Runde. Im Gegenteil, alle denken sich, naja, vielleicht fällt man dann runter. Im Open ist man dann, wird man dann irgendwann erlöst. Das macht Wolfgang Pajek und Hugo Schulz. Und es ist Teil der Vorbereitung auf die Mannschafts-Europameisterschaft 2018 in Deutschland, in Bad Blankenburg. Vom 11. bis 19. Juli werden also die U18-Mannschafts-Europameisterschaften und die erstmalig ausgetragene U12-Mannschafts-Europameisterschaft, also die ECU hat das beschlossen auf ihrem letzten Kongress. Die U12 ist zum ersten Mal. Die U18 ist mittlerweile vielleicht schon zum 20. Mal oder irgend sowas. Und dort hat sich der Deutsche Schachbund aus dem Bereich Leistungssport im Rahmen des Larska-Jahres beworben, hat den Zuschlag erhalten voriges Jahr. Und es wird also diese Meisterschaft stattfinden. Wir werden mit drei Mannschaften pro Turnier antreten. Und das Cluster, nenne ich es mal Nord, also die eine Mannschaft Nord wird dort vertreten sein. Das werden Louis Engel sein, Alexander Ries. Also Norddeutschland ist es. Nationalmannschaft Norddeutschland? Nationalmannschaft Nord, aber wir nennen sie vermutlich Deutschland 3. Ich weiß nicht, ob die damit zufrieden sind. Ja, und dasselbe passiert also bei den Mädchen auch. Die werden auch drei Mannschaften stellen. Und in der U12 wird es ein ähnliches Clustersystem geben. Das heißt, die Jusupov Schachakademie, die jetzt ein Projekt gestartet hat im vorigen Jahr, für ganz junge Spieler, U8 bis U10. Sie werden eine Mannschaft stellen in der Europameisterschaft U12. Und Berlin wird eine Mannschaft stellen, weil im Moment in Berlin sehr viele starke U10, U12 Spieler sind. Die haben bei den Deutschen Vereinsjugendmeisterschaft über Berlin sehr, sehr stark. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Aber diese Idee gab es schon vorher. Aber das hat sich nochmal bestätigt, dass dort die Schachschule Michael Richter sehr gute Arbeit leistet im Raum Berlin. Ja, der ist bei uns auch nicht unbekannt als Autor. Ja, ich weiß. Also der macht offensichtlich sehr, sehr gute Arbeit. Ja, toll. Nochmal kurz die Daten genannt. Also die Europameisterschaft ist vom 11. bis 19. Juli in Bad Blankenburg im schönen Thüringen. Beide Altersgruppen parallel. Beide Altersklassen parallel und gleichzeitig. Und jetzt gibt es im Deutschen Schachpunkt auch noch die Deutsche Schachjugend, die ist extra vertreten. Wie ist da genau die Abgrenzung zwischen dem Leistungsbereich und der vielleicht eher breiten, sportorientierten Deutschen Schachjugend? Gibt es da eine intensive Zusammenarbeit oder gibt es eine Überführung? Es ist also so, dass ich im Gremium bin, das ist ein Dreiergremium aus DSJ und DSB, das ist der Spielleiter, der Leistungssportverantwortliche der DSJ, den gibt es auch, und ich, die also den leistungssportlichen Teil oder den sportlichen Teil der Deutschen Meisterschaften beleuchten. Wir vergeben Freiplätze, wir diskutieren über eventuelle Sonderfälle und so weiter. Das ist also die Zusammenarbeit zwischen DSJ und DSB, funktioniert an der Stelle auf kurzem Weg. Sehr eng, ja. Und natürlich ist es so, dass ich also praktisch seit Anfang meiner Tätigkeit bin ich immer bei den Deutschen Meisterschaften die ganze Zeit dabei und nutze das ganz, ganz häufig für Sichtungen, für Gespräche mit Eltern, für Planungsdetails, auch für Nicht-Kaderspieler. Ja, weil es sind ja, sagen wir mal, 90 Prozent aller beteiligten Jugendlichen sind ja dort vor Ort. Und diejenigen, die nicht Deutsche Meisterschaft spielen, die habe ich eben in der Sonderförderung. Die sind dann befreit aus irgendwelchen Gründen. Okay, und ein anderes Thema im Nachwuchsbereich ist natürlich Schulschach. Ist das, tangiert das Ihren Bereich auch, oder? Da muss ich sagen, es gibt im Prinzip wenig Verbindungen von Leistungsschach zu Schulschach, weil das geht ja alles über die Vereine. Das heißt also, die Bewegung Schulschach sozusagen voranzubringen und weiter auszubauen, liegt bei der DSJ oder im Breitenschachbereich des DSB, aber nicht in meinem Bereich. Also wer ein Leistungsbereich will, geht es sowieso in den Verein und dann kommt er auch in den Bereich des Deutschen Schachbundes. Jetzt gab es ja eine extrem erfolgreiche Nachwuchsgruppe, das ist die Prinzengruppe, die einige Großmeister hervorgebracht hat. Wenn ich mich richtig erinnere, waren Sie auch Mitinitiator dieser Prinzengruppe? Ja. Okay, also in der Jugendrangliste, was im Dezember waren, ich würde mal sagen, sieben oder acht Jugendliche noch vertreten in den Top 100 international. Jetzt fallen ein paar raus aus Altersgründen. Gibt es da ein Nachwuchsprojekt? Na, zuerst muss ich sagen, dass also die Prinzengruppe als solche für mich selber überraschend sehr, sehr gut funktioniert hat und es gab ja im Prinzip keinen Ausfall. Das ist eigentlich erstaunlich. Also wir sind gestartet 2009 mit vier Spielern und zwei Spielerinnen. Es wurde zwar dann 2010 der Jonas Lampert gegen den Alexander Donchenko ausgetauscht, aber selbst der Jonas Lampert ist ja jetzt mittlerweile auch schon fast Großmeister. Und die beiden Mädels haben zwischendurch auch Nachwuchsmedaillen geholt. Die beiden Mädels sind uns? Ja, und Hannemarie Kleck. Und Hannemarie steht jetzt auch vor ihrem Comeback in der Nationalmannschaft, vermutlich zumindest. Also sie ist wieder in den Kader aufgenommen worden. Die hatte wegen ihres Studiums pausieren müssen. Und das ist also sehr, sehr gut gelaufen. Und was eigentlich bleibt, sozusagen, ist das Schachjahr. Die Matthias Blühbaum und Dennis Wagner haben am Ende ihres Prinzen-Daseins nach dem Abitur ein Jahr Schach gemacht. Das wurde teilfinanziert vom Deutschen Schachbund und sie haben also mit dem Dorian Rogozenko einen sehr guten Turnierplan, Trainingsplan aufgestellt und haben in dem einen Jahr richtig losgelegt. Und da gab es auch dann relativ, es wurden viele Erfolge auch errungen und es wurde natürlich auch, es ging dann auch weiter. Also bei Matthias Blühbaum ging es dann ja sogar noch weiter. Dann hat er Karlsruhe gewonnen und sich dann für das Masters qualifiziert. Und dieses Schachjahr wird zum Renner im Prinzip. Also es gibt jetzt mittlerweile schon, Jan-Christian Schröder hat das gemacht, Rasmus Swane macht das im Moment, Lev Jankelewitsch hat das gemacht, Dimitri Kollars und so weiter. Das ist also eine Sache, die ich für relativ erfolgreich halte, im Prinzip für fast alle Schachspieler, die sind meistens gute Schüler und nach dem Abitur sind sie vielleicht sogar erst 17, weil sie eine Klasse übersprungen haben. Und mit dem Studium wissen sie noch nicht hundertprozentig, was sie machen wollen und das wird also dort sehr gut genutzt, diese Idee. Also der Deutsche Schachbund empfiehlt nach dem Abitur ein Schachjahr. Ja, viele wissen wirklich nicht, was sie machen sollen. Das zweite Standbein ist jetzt, dass es auch wieder Interessenten gibt für die Bundeswehr-Sportfördergruppe. Das heißt, wir hatten jahrelang immer mal wieder welche, die in die Sportfördergruppe wollten. Und jetzt aktuell ist also Tore Perske und Theodor Rogozenko sogar ein Mädchen, wollen beide im Sommer 2018 zur Sportfördergruppe gehen. Das finde ich natürlich auch einen sehr guten Weg, sich ein Jahr oder vielleicht auch zwei richtig semiprofessionell mit Schach zu beschäftigen, um vielleicht den Anschluss doch noch zu schaffen in Richtung 2-6 und Nationalmannschaft. Gut, also es gibt jetzt keine feste Prinzengruppe mehr, aber es gibt diese Idee des Schachjahres, die dann vom Deutschen Schachbund auch unterstützt wird. Genau, und über die Nachfolge der Prinzengruppe wird im Moment nachgedacht. Ja, also das war ein erfolgreiches Nachwuchsprojekt. Allerdings muss man ja sagen, dass von diesen Nachwuchsspielern, von den jungen Spielern, wahrscheinlich eher keiner jetzt den Sprung in die absolute Weltspitze schaffen wird. Woran liegt das? In Frankreich geht es zum Beispiel, Maxime Weich, jeder Graf, in Bakro und so, in Deutschland ist es irgendwie schwierig. Selbst in Polen, also Reuterschek zum Beispiel. Duda, ja. Duda, genau. Ich glaube, das hat zwei Ursachen. Das eine ist das Schulsystem in Deutschland. Es ist, also man kann jetzt darüber diskutieren oder nicht, aber die Schulpflicht ist ziemlich hinderlich für dieses Projekt. Wenn man also sagen würde, man will mit 14 Jahren oder so sich auf Schach konzentrieren, dann muss man schon ganz große Räder drehen, um dort rauszukommen. Ich glaube, Carlsen hat das auch gemacht. Er hat mit 14 gesagt, Schussschule. Richtig, der war erstens an so einer Sportschule und zweitens hat er dann natürlich gesagt, okay, ich versuche das jetzt mal. Hat dann ein Jahr getourt und danach war er dann richtig gut. Aber wenn das nicht klappt, dann ist man natürlich... Das ist genau das Problem. Das ist gut dran. Das ist eine Schwierigkeit, die wir natürlich sehen. Und sehenden Auges einem zu empfehlen, pass auf, konzentriere dich alles auf Schachprofi, das ist nicht so einfach in Deutschland. Ich habe nochmal eine Frage zu der Art des Trainings. Also was man so als älterer Schachspieler beobachtet, ist eigentlich, dass die Jugend doch sehr auf den Computer fixiert ist. Also früher, für manchen Spieler hat ja ein einziges gutes Schachbuch gereicht, um Weltklasse zu werden. So Partien nachspielen von was weiß ich, Keres oder Botwinnik oder wem auch immer. Heute Computer, 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 große Mengen von Partien werden durchgelost. Die wissen alles über Eröffnung. Manchmal hat man so den Eindruck, ja, viele wissen dann hinter der Eröffnung nicht mehr so richtig Bescheid. Also ist das so oder ist das nur ein subjektiver Eindruck von mir? Es ist so, also es stimmt beides. Ich habe den Matthias Blühbaum dieses Jahr, also letztes Jahr 2017 mal zum Kaderlehrgang mit als Gast geladen. Er sollte mal seine Trainingsmethoden vorstellen vor den Jüngeren, also die sich für Bad Blankenburg qualifizieren wollten. Und da ist es eben tatsächlich so, da läuft auf dem Rechner laufen zwei Engines parallel und er moderiert quasi im Kopf die Engine-Züge sozusagen. Also er macht quasi den Alpha Zero des Menschen. Das Runde-Drei-Hirn-Projekt, ja. Ja, in gewissen Sinne. In Abschwächung, ja, ja. Und was mich eigentlich wundert, aber wahrscheinlich ist das nicht so verwunderlich, dass das funktioniert, sozusagen. Dass man tatsächlich mit dem Computer trainieren kann. Also da gibt es ja viele Beispiele für, also Karlsson hat ja auch viel mit dem Computer trainiert, aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch dann sich Endspiele angeguckt. Er hat die Klassiker, er kann ja jeden Klassiker auch sagen. Und sagen wir mal, der Computer ermöglicht ja auch dies, dass man sagt, ich gucke mir jetzt mal die klassischen Partien an. Die sind ja heute alle zugänglich. Früher war das ja nicht so. Ja. Aber, na gut. Also es ist, ich war kürzlich auf einer Tagung der aller Bundestrainer vom Deutschen Olympischen Sportbund. Also da waren natürlich nicht alle da, aber theoretisch waren alle eingeladen. Da war also der Christian Prokop vom Handball und so weiter und so fort. Und da war in einem Referat vom Lutz Nordmann von der Trainerakademie Köln, der übrigens auch sehr gut Schach spielt, wurde ein Buch erwähnt. Und das heißt das Top, die neue Wissenschaft vom bewussten Lernen. Und dieses Buch gibt im Prinzip alles das wieder. Das heißt, es gibt natürlich talentierte Jugendliche. Aber die müssen auch trainieren, die müssen arbeiten. Ständig, dauerhaft. Aber was er schreibt, was wir vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen nur vermindert wahrgenommen haben. Durch das bessere Training lernt man besser zu trainieren. Das ist auch etwas, was Matthias gesagt hat. Das ist auch etwas, was Jan Christian gesagt hat. Sobald sie einen Qualitätssprung quasi erreicht hatten, dann haben sie gemerkt, es wird leichter. Also man korrigiert sich selber, oder man lenkt sich selber in die richtige Richtung, indem man so eine neue Stufe erreicht hat. Genau. Also dieser vielbeschworene Flo sozusagen, der dann einsetzt. Doch ein paar Worte zu Ihrer eigenen persönlichen Schachkarriere. In welchem Verein sind Sie groß geworden und wie sind Sie überhaupt zum Schach gekommen? Zum Schach gekommen bin ich im Alter von acht Jahren. Da war im Kinderhort, also das war praktisch die Begleitung zur Grundschule, war ein Steckheimer-Turnier. Steckheimer? Steckheimer, das ist dieses mit diesem, wo ein Feld frei ist und wo man dann immer durch drüberspringen möglichst auf einen Stein reduzieren muss. Und das habe ich in der Nacht davor ausanalysiert. Also ich konnte praktisch von jedem Startfeld beginnend auf eins runter. Und habe das dann am nächsten Tag gewonnen, das Steckheimer-Turnier. Und da hat die Ordnerin gesagt, du musst unbedingt zum Schachverein. Und da bin ich dann gelandet, bei der ISG Apolda gestartet, die mittlerweile TSG Apolda heißt. Dort habe ich also Schach gelernt und bin dann über die DDR-Jugendmeisterschaften und so weiter dann besser geworden. Und nach der Armee-Zeit bin ich dann zum Mega-Elektronik Erfurt gewechselt. Und jetzt spiele ich eben seit 32 Jahren beim ESK. Also zeitweise Bundesliga, ne? War das vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren haben wir zuletzt Bundesliga gespielt. Noch ein Wort an die Jugend. Warum soll man Schach spielen? Es ist ein sehr faszinierendes Spiel, das unendliche Möglichkeiten bietet. Vielen Dank.